Guten Morgen, Leute. Hannah Nietzsche wird Mutter. Jetzt muss ich gleich den Wagen öffnen. Moment, weil ein Kollege kommt. Wir drehen heute aliens in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, Mensch, dass du bald Mutter bist. Der Babybauch ist dick. Hannah, liebe Hannah, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und auch für deine weitere Karriere wünsche ich dir auch alles Gute. Und ja, dann erstmal bis dann, liebe Hannah, und mach das Beste draus, ne?